Am Freitagabend bin ich im Seithotel in Hamburg angekommen. Schaut mal, wie schön dieses Hotelzimmer ist. Ich habe mich wahnsinnig wohl gefühlt. Es war alles sehr, sehr schön hergerichtet und ich habe mich dann erstmal für den Abend soweit fertig gemacht. Wir sind nämlich ganz lecker essen gegangen, auch im Hotel. Es war auch alles wieder super lecker, ganz toll vorbereitet und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Am Samstagmorgen ging es dann in den achten Stock. Es war alles so, so zuckersüß vorbereitet für uns. Die ganzen Produkte standen auch schon da. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen speziellen Produkten, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Lasst euch jetzt mal überraschen, was alles Tolles in die Regale kommt und ich würde mal sagen, ganz viel Spaß beim Video. Ich habe vergessen, ein Intro zu drehen. Ja, super. Ihr habt schon mitbekommen, wir sind beim P2-Event und hier ist die liebe Lisa. Hi. Ihr müsst unbedingt auf ihrem Kanal vorbeischauen, weil sie ist echt so eine zuckersüße Maus. Lisa Lila Beauty, ne? Genau. Genau. Unbedingt vorbeischauen. Ich verlinke es euch unten in die Infobox und alle anderen Mädels verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox, weil alle super lieb waren. Und wir machen hier mal weiter und ja, bis später. Tschüssi. Ich möchte jetzt mal den testen, weil der hat es mir voll angetan. Schaut mal, was für eine schöne Farbe. Wow. Mega, oder? Da gibt es fünf verschiedene Farben und ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt dann noch den hier rausgesucht. So, und das ist jetzt der andere, eben der hier. Boah, schaut mal, wie schön der aussieht. Das ist die 0,30. Schaut mal. Mega, oder? Ja. Richtig cool. Und das sind die anderen drei Farben. Ich swatch die jetzt mal eben, dann zeige ich euch das Ergebnis. Der untere, das ist jetzt die 0,10. Der zweite von oben, das ist die 0,25. Und der ganz oben, das ist die 0,40. Ja, das ist eigentlich für die Augen. Genau. Schaut mal bitte, wie schön die alle sind. Richtig cool. Ich finde das Produkt hier sehr vielversprechend. Ich bin mal gespannt. Und zwar ist es ein Primer und ein Topcoat, damit der Lippenstift dann eben matt aussieht. Also ich bin mal gespannt, wenn man beides verwendet, ist er eben dann sehr matt, der Lippenstift. Beziehungsweise, wenn man ihn halt im Nachhinein nochmal drauf macht, dann eben nur leicht. Also ich bin mal gespannt. Ich werde das jetzt einfach mal testen. Schaut mal bitte, wie schön diese Nude-Nagellacke sind. Richtig schön. Ich habe euch die mal hier auf das Nagellackrad geswatcht. Und ja, ich finde sie richtig, richtig edel. Hier haben wir jetzt eine neue LE. Und zwar kommt die am 4. August raus. Die nennt sich Beauty Voyage. Und die ist so ein bisschen im Marokko-Style. Also die ist vom Packaging her finde ich richtig cool. Schaut euch das mal bitte an. Und diese Farben, richtig schön sommerlich. Ich werde das jetzt mal swatchen und ja, dann auch zeigen. Also wir haben die 0,30. Richtig schöner Orange-Turm. Dann haben wir die 0,10. Das ist ein eher Nude-Ton. Das sieht man bei mir kaum, würde ich mal sagen. Dann haben wir die 0,40. Das ist eher meins, ne? Das wisst ihr ja. Wow, mega. Sind sehr cremig. Dann haben wir noch die 0,20. Das wird wahrscheinlich mein Favorit. Schauen wir mal. Ja, das ist ein schöner Pink-Ton, wie man sehen kann. Richtig schön die Farben, ne? Ja, und ich bin weiterhin im Nagellack-Himmel. Schaut mal, ich habe euch die jetzt mal alle geswatcht, die Volume-Gloss-Nagellacke. So sehen die jetzt aus. Das ist eine Schicht. Ja, an der Theke. Und ich finde die einfach total mega. Hier haben wir jetzt die Technochrom-Reihe. Schaut mal, ich habe euch das geswatcht hier auf das Nagellack-Rad. Das ist eine Schicht. Und oh mein Gott, ich bin so begeistert. Ich bin total verliebt. Das sieht so edel aus. Ihr wisst ja, dass ich total auf Nagellack stehe. Der ist jetzt was ganz Besonderes, wirklich. Also wenn ihr auch auf solche Farben steht, würde ich sagen, müsst ihr euch das auf jeden Fall mal in der Drogerie näher anschauen. Wir machen mal mit Lippenstift weiter. Und zwar swatche ich euch jetzt mal diese Full-Color-Lipsticks. Und diese hier, die Full-Shine-Lipsticks, das sind so, so schöne Farben dabei. Und ja, ich zeige euch die jetzt, wie gesagt, mal geswatcht. Jetzt hier die Full-Color-Lipsticks. Das sind die Farben. Und so sehen die geswatcht aus. Richtig schön. Den Nude-Farbenen, den seht ihr gar nicht so richtig. Das ist der oberste. So, und zwar haben wir ja jetzt hier die Full-Shine-Lipsticks. Und zwar sehen die so aus. Ihr könnt schon sehen, die sind eben sehr sheer, recht glossy und nicht deckend, aber dafür eben pflegend. So, ja, wie die liebe Michelle eben gesagt hat, dass wenn man zum Beispiel ein paar Tage lang hintereinander einen matten Lippenstift getragen hat, dass sowas dann den Lippen recht gut tut. Und wir machen jetzt ein paar Polaroid-Bilder für unser Erinnerungsbuch. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja, wir auch. Oh, das ist echt viel weiter. Wir machen die ganze Zeit Bilder mit dieser schönen Polaroid-Kamera. Hier haben wir jetzt die fünf neuen Volume Revolution Lipglosse in Waterproof. Ihr wisst ja, ich bin eine kleine Lipgloss-Queen und ich bin echt mal gespannt, was die so können. Und hier seht ihr jetzt noch die Swatches dazu. Hier haben wir jetzt eine neue Make-Up-Base und drei Foundations, eben in verschiedenen Farbnuancen. Da bin ich auch mal gespannt, was die so kann. So, ganz links habe ich jetzt mal die Make-Up-Base. Oben ist die 040, in der Mitte die 030 und ganz unten die 020. Und ich denke, dass ich mich auf jeden Fall für die 040 entscheiden werde. Hier haben wir jetzt zwei neue Blushes und einen Multicolor Browser. Allein die Prägung sieht schon so, so edel aus. Wir machen mal weiter mit den Augenbrauenprodukten. Und zwar haben wir hier zwei verschiedene Farben. Dann haben wir hier einen Eyeliner. Das finde ich ganz schön gemacht, weil hier oben dann der Pinsel eben ist. Auf das Produkt hier freue ich mich besonders. Das ist nämlich für die Augenbrauen. Und zwar könnt ihr hier highlighten und hier könnt ihr die Augenbraue nochmal fixieren. Dann haben wir hier nochmal drei verschiedene Eyeliner. Einen mit einem Satin-Matteffekt. Dann einen glossigen Effekt. Und hier haben wir diesen in Graphic. Da ist die Spitze nur ein bisschen anders. Da bin ich auch sehr gespannt. Dann haben wir noch diese wunderschönen Lidschatten hier. Einmal Triologie. Auch wunderschön die Farben. Und hier diese hier. Und da ist wohl schon ein Topcoat mit dabei. Also auch hier bin ich sehr gespannt, was die Produkte so können. Auf das Produkt hier freue ich mich schon besonders. Und zwar sind da wie so kleine Fasern enthalten für die Wimpern. Da könnt ihr sie einfach besser modellieren. Ihr könnt sie verlängern und verdichten. Ich bin mal gespannt. Ich habe das nämlich in einer teuren Version. Und jetzt freue ich mich, diese hier zu testen, weil die teure Version war definitiv nicht. Sie ist ja in meinen Flops gelandet. Das habe ich euch auch schon erzählt. Aber auch hier zu diesem Produkt werde ich euch sagen, wie ich es finde. Hier haben wir jetzt noch die Retro Repeats LE. Die finde ich jetzt auch sehr gelungen. Am meisten interessieren mich die Lippenprodukte. Die werde ich auch alle testen. Und mit den restlichen Sachen würde ich sagen, mache ich eine schöne Verlosung auf Snapchat. Da könnt ihr euch schon mal freuen. Falls ihr mir da noch nicht folgt, Rosella Mir heißt da mein Name. Da erfahrt ihr immer die Neuigkeiten. Und ich nehme euch mit durch meinen Alltag. Und wie gesagt, dort würde ich dann diese Verlosung starten. Es werden jetzt gerade noch Bilder gemacht da hinten von unseren Lieblingsprodukten. Und zwar haben wir die auf so Podeste gestellt. Erster, zweiter und dritter Platz. Ich zeige euch dann, welche meine Favoriten geworden sind. Zumal ich auch was verlosen darf. Wollte ich aber noch ein kleines süßes Mäuschen zeigen. Und zwar die Shirin. Hallo. Und sie hat auch einen YouTube-Channel. Da würde ich mich auch total freuen, wenn ihr mal bei ihr vorbeischaut. Auch ihren Kanal findet ihr unten in der Infobox. Ich verabschiede mich jetzt schon mal hier vom Event, weil ich glaube, dass es jetzt gleich ein bisschen stressig werden wird. Ja, passiert nicht mehr viel. Ne, passiert nicht mehr viel. Und wir wollen ja jetzt gleich unseren Zug bekommen. Richtig. Schaut mal, hier ist auch noch ein süßes Mäuschen. Ich habe gerade meine Top 3 gekürt. Wo sind Sie denn? Meine muss ich auch noch. Ja, genau. Okay, und deswegen sage ich euch schon mal Tschüss. Ciao. Wir haben noch diese wunderschöne Tasche geschenkt bekommen. Schaut mal, wie schön die aussieht. Oh mein Gott, ich bin schwer verliebt. Das ist genau mein Geschmack. Herzlichen Dank ans komplette Team für eure Mühe, für dieses wunderschöne Erlebnis, für dieses tolle Event. Danke für eure Mühe.